Jeden Montagmorgen bin ich müde und matt Den Dienstag hab ich schon vom Abend her satt Ja, Mittwoch ist der Nerv zur Hälfte geschafft Am Donnerstag bin ich wieder schlapp und glatt Doch nach dem Freitagstress ist es vollbracht Es ist endlich Samstag, das ist Fahrtag, endlich frei Es ist endlich Samstag, das ist Meintag, es ist geil Es ist endlich Samstag, das ist Dein Tag, das ist Meintag, sei dabei Es ist endlich Samstag Hallo, ich bin Winnie und manage die Band Endlich Samstag Und das ist im Moment gar nicht so einfach Maxine, unsere Ex-Sängerin, hat die Gruppe gespalten und ihre eigene Band gegründet Maximal heißen die Ich will die beiden Bands auf jeden Fall wieder zusammenbringen Dazu muss mir ganz schnell was Schlaues einfallen Ist doch klar, beim Wettbewerb um die beste Newcomer-Band von Bamberg Haben wir nur als endlich Samstag eine Chance Dafür brauchen wir auch noch ein Demo-Video Sonst wären wir gar nicht erst zugelassen Wir haben schon ein paar Mal Aufschub bekommen Aber jetzt wird's ernst Bisher ist mir immer was eingefallen Ich krieg das hin, kein Problem Ah, Babsi Na, hast du was Schönes für mich? Das sind die letzten Videos von den Bands für die Bewerbung Das wird ein Knaller Das hat Bamberg noch nie gesehen Ja, Chef Was gibt's denn, Chef? Ja, das frag ich dich Wo ist denn das Demo-Video von deiner angeblichen Super-Truppe Wie heißt sie gleich? Endlich Samstag Ja genau, wo ist denn das Video? Keine Ahnung Ist es nicht dabei? Wenn es dabei wäre, würde ich ja fragen Ja, ich rede nochmal mit Vinny, dem Manager Georg Sag ihm, wir haben schon dreimal eine Verlängerung bekommen Wenn das Video nicht bis heute Abend auf meinem Schreibtisch liegt Ist für die Band der Ofen aus Georg Kriegst du mir noch einen Kaffee vorbei? Na ja Georg Zwei Zucker Ja Ja, ja, ist ja gut Guck mal Nein, nein, ich hab's eilig Klare Ansage von meinem Chef Heute, 18 Uhr, letzter Termin Heute Abend? Da haben wir ja noch Zeit ohne Ende Also keine Panik, Georg Hey, mir fällt da schon was ein, kein Problem Vinny, da gibt es noch ein anderes Problem Was denn noch? Ja, bei dem Wettbewerb ist die Band endlich Samstag angemeldet In der Altenbesetzung Ja und? Die gibt's nicht mehr Ihr habt euch doch getrennt In Max mit ihrer Band Maximal Und in deine Truppe Ja, mir fällt da schon was ein Was ist denn das? Das, das ist meine Krankenbimnastin Außerdem wird sie vielleicht meine Stiefmutter Aber wegen der Sache mit Max Mir fällt da schon was ein Bis heute Nachmittag willst du sie überzeugen, dass sie mitmacht, ja? Da, da muss mir Otto helfen Auf Otto hört doch jeder Das war schon immer so Wenn das mal gut geht Wenn ich meine Band nicht wieder zusammengebracht habe Dann platz unsere Teilnahme am Wettbewerb für die beste Newcomer-Band Bambergs Da wirst du dir schon jemanden anderen suchen müssen, Vincent Martin Otto kann euch heute nicht mehr helfen Der hat mich genug mit sich selbst zu tun Ulrike Der fliegt nämlich heute Abend weg Für immer Nach Amerika Was? Das ist doch Blödsinn Ich hab dir doch vorhin gesagt, dass ich spätestens in drei Wochen wieder hier bin, Ulrike Wer's glaubt Otto hat nämlich eine Farm in Amerika geerbt Und jetzt, wo er reich ist, sind wir eben hier natürlich nicht mehr gut genug Ulrike, würdest du bitte aufhören, so einen Blödsinn zu erzählen? Das stimmt doch alles gar nicht Dann hast du also doch keine Farm geerbt? Jetzt fang du auch noch an Und ich dachte, wir sind Freunde Und du haust einfach ab, ohne was zu sagen Ohne dich wenigstens zu verabschieden Winnie, warte, lass dir doch erklären Was gibt's denn da noch zu erklären? Viel Spaß bei den Amis Da hab ich ja ganz schön was angerichtet Was soll ich jetzt machen, Ulrike? Wie du das wieder aus der Welt schaffen willst, kann ich dir leider auch nicht sagen Ich weiß nur eins Da muss ich dir schon was ganz Besonderes als Entschuldigung für die Kinder ausdenken Ich hab da eine Idee Du verarsch mich doch Nein Warum hat Otto uns denn nichts erzählt? Der kann doch nicht einfach so abhauen Ja, das hab ich ja auch gesagt Da schmeißt man doch wenigstens eine Riesenabschiedsfete her Genau Na, das ist es doch Wir schmeißen eine Riesenabschiedsparty für Otto Und als Überraschung spielen wir Du bist mein Herr Wohl kaum Oder hast du vergessen, dass weder Maximal noch endlich Samstag den Song alleine spielen können? Mensch Junge, das ist doch der Plan Keine der beiden Bands kriegt das alleine hin Also Müssen wir das Lied zusammenspielen Richtig Ich suche Max und rede mit dir Für Otto singt sie bestimmt Und du, du suchst unsere Leute und redest mit ihnen So, jetzt komm ich So, hierher So, hier stellst du dich hin Aber Augen zu und nicht gucken und nicht umdrehen Und nicht schummeln Das ist doch total kindisch Nicht schummeln Dreh dich um Na schön, wenn es unbedingt zu heilen muss Lass dich umdrehen Was zum Teufels war das denn? Ja, das war der Turbus meiner alten Band Das Maschinenchen ist immer noch super in Schuss Und was willst du mit dem Schrotthaufen anfangen? Das ist kein Schrotthaufen Das wird mein Geschenk für die Kids Ich brauch ihn ja nicht mehr Besser wärst du, würdest hierbleiben Warum lässt du denn nicht Alles wie es ist Willst du nicht in Bamberg bleiben? Das war doch so schön mit uns Ja, und das bleibt es auch Ich fliege doch nur nach Übersee Um mir mal anzusehen, was ich so geerbt habe Diese Farm und so Und ja, und Dann sehen wir weiter Komm, steig doch mal ein Ami Amen Ah, ah Danke, vielen Dank. Dankeschön. Ey, Max. Danke. Na? Wie läuft's? Siehst du ja. Könnte kaum besser sein. Super. Komm schon, Mini. Was ist los? Oh, lass mich raten. Du hast mal wieder irgendwelchen Mist verbockt und suchst jemanden, der deinen Hals rettet. Hm? Nee. Es geht um Otto. Was ist denn mit ihm? Na ja, Otto war das Bamm weg. Der hat in den Staaten die Erbschaft gemacht. Was? Otto fährt weg. Wieso hat er nie was gesagt? Frag mich was leichteres. Max, können wir mal vernünftig miteinander reden? Ich bin vernünftig. Also, was gibt's? Na ja, also, wir wollen für Otto eine Abschiedsparty steigen lassen. Und da wollen wir den Song Du bist mein Held spielen. Und du sollst ihn singen. Was hältst du davon? Autsch. Also, ob das Prinzessin Philippa gefallen wird, war ich aber schwer zu bezweifeln. Hey, der Vorschlag kommt von Pip. Und das soll ich dir glauben, ja? Ist echt so. Danke. Sie hat gesagt, dass du ihn singen sollst, weil du ihn auch getextet hast. Ich schwöre. Hm. Okay, ich komm zu der Fete. Echt? Super, dann kann ich's den anderen so sagen, ja? Ob du das kannst, weiß ich nicht. Aber ich bin dabei. Ach, Mini, eins noch. Wegen des Songs. Muss ich aber erst mit meiner Ben sprechen. Ja, kein Problem. Also, wir treffen uns dann im Lockschuppen, ja? So, gegen zwei? Rufst du mich an? Klar. Soweit alles klar? Gut, dann machen wir also mit bei Ottos Abschiedsfete. Ach, eins noch. Bist du auf meiner, auf unserer Seite oder hältst du zu Winnie? Was soll denn das jetzt? Ich hab noch nie einen Kumpel in die Pfanne gehauen und werd's auch jetzt nicht tun. Weder bei dir noch bei Winnie. War ja bloß ne Frage. Ich hab folgende Idee. Wir sollten bei der Fete nicht Du bist mein Held spielen, sondern unseren neuen Song. Was meint ihr? Aber Du bist mein Held ist nach Ottos Melodie entstanden. Winnie will ihm damit ne Freude machen. Schon klar, aber Otto verlässt Bamberg und keiner weiß, wann er wiederkommt. Otto hat uns immer gute Tipps gegeben bei der Musik. Darum will ich wissen, wie er unseren neuen Song findet. Also, ich bin zwar nur der Techniker, aber das, was Max sagt, klingt für mich absolut logisch. Also, ich find das nicht so gut. Ottos Meinung ist aber wichtig für uns. Der neue Song muss perfekt sein. Ich werde maximal beim Wettbewerb für die beste Newcomer-Band-Bandbergs anmelden. Ich möchte mal wissen, wo die anderen bleiben. Wir müssen das Lied für Otto doch vorher wenigstens mal geprobt haben. Wär schön blöd, wenn wir das verpatzen. Apropos, hat sich denn Patze schon gemeldet? Was sollen wir machen, wenn Max mit ihrer Band nicht kommt? Die kommt schon. Du kennst doch Max. Die fühlt sich erst so richtig wohl, wenn sie im Mittelpunkt stehen kann. Aber die Party ist für Otto und nicht für Max. Das krieg ich schon hin. Da sind wir wieder. Seht mal, was uns am Glutwitz spendiert hat. Lecker, was? Hey, du bist ja super pünktlich. Kamera startklar? Logisch. Mein Chef hat mir extra für den Nachmittag freigegeben. Der ist schon ganz gespannt auf mein Video. Danke, Onkel Ludwig. Kein Problem. Dann fehlt eigentlich nur noch Max mit ihren Leuten. Und Otto. Otto. Verdammt. In dem ganzen Trubel habe ich vergessen, Otto einzuladen. Mann, das glaube ich jetzt nicht. Das wäre ja eine schöne Pleite. Wir machen eine Party und die Hauptperson ist gar nicht da. Typisch, Winnie. Soll ich mal schnell zu Frau Knölle gehen und Bescheid sagen? Das bringt nichts. Sie sind vor einer ganzen Weile mit dem Motorrad weggefahren. Ich rufe sofort Knöllchen an. Die soll spätestens um drei mit Otto hier auftauchen. Sonst wirst du knapp, dann kriegt er seinen Flieger nicht mehr. Knölle? Ah, Vincent Martin. Eine Abschiedsparty. Das ist eine tolle Idee. Ja, da wird er sich sicher sehr freuen. Punkt drei. Ui, Moment. Das könnte schwierig werden. Nein, das kann ich dir jetzt nicht verhaken. Also gut, 15 Uhr. Ich versuch's. Mhm. Bis dann. Ach, Mensch, Otto. Jetzt reicht's. Seit über zwei Stunden schraubst du jetzt in diesem alten Ungeheuer rum. Den Schraubkaufen kriegst du doch sowieso nicht mehr zum Laufen. Na, das werden wir ja noch sehen. Komm, lass uns jetzt bitte nach Hause fahren. Sonst passt du am Ende noch deinen Zug zum Flughafen. Hä? Weißt du was, ich mach uns ne feine Tasse Kaffee und dann setzen wir uns auf die Terrasse. Ich hab ja auch deinen Lieblingskuchen gebacken. Komm, steig ein. Komm. Komm schon, altes Mädchen, enttäusch mich jetzt nicht. Bitte? Ich mein den Bus, nur den Bus. Wir haben den immer Luise genannt. Aha. Luise? Ja, das war der Name unserer ehemaligen Sängerin. Juhu, siehst du, ich hab dir doch gesagt, dass ich es schaffe. Auf zu den Kindern. Ha! Na, wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Otto wird gleich hier auftauchen und wir haben keine Zeit mehr, das Lied zu proben. Ich bin Profi, ich brauch keine Probe. Entweder man hat's drauf oder nicht. Patte! Warum hast du mich nicht angerufen? Max hat mich keine Sekunde aus den Augen gelassen. Vini, da läuft der ganz schräge Nummer. Was meinst du? Na, Max will ihren neuen Song nicht, du bist mein Held spielen. Außerdem will sie sich bei dem Fernseherwettbewerb wirklich mit ihrer Band maximal bewerben. Was? Ist nicht dein Ernst? Vini, ich hab keinen Plan, was wir jetzt machen sollen. Jetzt geht alles den Bach runter. Max will Krieg, den kann sie haben. So, du gehst jetzt rein und sorgst dafür, dass alle für das Konzert bereit sind. Ich fang Otto ab und rede mit ihm. Ja, was wird aus unserem Video? Kein Demovideo, kein Wettbewerb. Hey, ganz ruhig. Junge, ich hab alles im Griff. Du sagst ihnen anderen Bescheid, dass ich anrufe, wenn Otto kommt. Was wird aus unserem Song? Ganz cool. Ich mach das schon. So, und jetzt gehst du rein. Meine Güte, kann die alte Mülle nicht mal ein bisschen schneller? Wie du willst? Ja, dann gib doch mal Gas. Also, halt dich fest. Wow! Sag mal, Otto, bist du jetzt unter die Busfahrer gegangen? Was ist denn das überhaupt für ein Ding? Heißes Teil. So was muss man haben. Da könnte man auf der Welt schon nie gehen. Alles zu seiner Zeit. Ich dachte schon, mir kommt gar nicht mehr. Was ist denn los? Eigentlich sollte es eine Überraschung werden, aber ich... Ich muss es jetzt schon sagen, weil ich hab ein Problem. Und wenn ich das nicht löse, dann fliegt mir alles um die Ohren. Ich versteh kein Wort. Um was genau geht's denn? Da dauern so! Ja, ich werde noch mal reißen. Wollen wir mal reden, was machen wir؟ Ich gehe's machen. Was machen wir solder? Für die Fack! Gehen wir mal so! Aber... uhr aber ja tüff war immer zuverlässig und hat mich nie im stich gelassen ich möchte euch diesen bus schenken aber nur unter der bedingung dass ihn beide bands benutzen das gibt's doch nicht die überraschung ist wirklich gelungen auto ja das wird in unserer tourbus mit dem fahren leute kinder wartet mal moment aber dafür müsst ihr mir einen wunsch erfüllen ich möchte zum abschied gerne den song du bist mein held hören es ist doch ottos wunsch wollen wir da nicht dir könnte ich doch nie einen wunsch abschlagen also dann wir gehen gleich im weg doch du merkst das nicht ich geb dir tausend zeichen doch du siehst sie nicht ich singe aus dem herzen doch du hörst mich nicht und sehne mich nach dir doch du spürst es nicht komm lass uns leben diesen augenblick und lass uns treiben in der flut komm auf mich zu du umarme mich denn ich bin sicher ich will dich du bist mein held doch du weißt es nicht wenn wir allein sind dann machst du zu ich möchte eis zum schmelzen bringen in meinem herzen bist nur du du bist mein held doch du weißt es nicht wenn wir allein sind dann machst du zu ich möchte eis zum schmelzen bringen in meinem herzen bist nur du du bist mein held und du wirst sehen wenn wir zusammen weitergehen du wirst deine augen träumen mit mir was auch passiert ich stehe zu dir jawohl das war klasse das war wahnsinn gesetzt und gut otto wir danken dir ich danke euch patrick du hast doch ein führerschein für den bus logisch ich kann alles fahren was sich auf der straße bewegt schön winnie du kriegst die papiere und wehe ihr streitet euch der bus ist für euch alle da ok jaja das das kriegen wir schon hin und los so jetzt heißt es abschied nehmen so jetzt heißt es abschied nehmen also macht's gut also wir sehen uns in drei wochen gleicher ort gleiche zeit sicher bringst du mich auf den bahnsteig du suchst ja durch jemand der dir den koffer trägt du merkst aber auch alles tschüss und ade gute reise otto mach's gut bis dann und isst nicht so viele donuts bring mir lieber welche mit tschüss und ade otto wie du willst wir sehen uns nachher ok wohl eher nicht was soll das jetzt heißen winnie hast du wirklich gedacht ich tanze wieder nach deiner pfeife vergiss es einfach aber beim wettbewerb für die beste nirgkommen band von bahnberg da bist du doch dabei ich habe bei dem albernen zirkus vorhin bloß wegen otto mitgespielt und ich habe gedacht wir sind wieder ein team und ziehen alles gemeinsam durch wir sind ja viel aber ein team bestimmt nicht also mach's gut und viel spaß noch maximal wird auf alle fälle beim wettbewerb teilnehmen winnie das demo video ist einzelne spitze geworden willst du es mal sehen später georg da ist alles klar kann ich das video für die bewerbung bei meinem chef abgeben ja klar endlich samstag hat wieder richtig durchstart ja na logo was hast denn du gedacht man warte sag nichts ich weiß wir haben das demo video und ich werde maximal und endlich samstag bis zum wettbewerb wieder zusammenbringen ich brauche nur ein bisschen zeit 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 ist genau das was wir nicht haben einsteigen nächster halt lock schuppen oh Gott nicht schon wieder Patrick was ist denn los vielleicht die zündung ich schau mal nach kannst du es reparieren ach keine ahnung und was machen wir wenn du es nicht hinkriegst tja Kindes da wird es wohl nur eine lösung geben du bist mein held doch du weißt es nicht wenn wir allein sind da machst du zu ich möchte das Ich möchte das Eis zum Schmelzen bringen, in meinem Herzen bist nur du. Du bist mein Held, doch du weißt es nicht, wenn wir allein sind, dann machst du zu. Ich möchte das Eis zum Schmelzen bringen, in meinem Herzen bist nur du. Es ist endlich Samstag, das ist die Wahrheit, endlich breit. Es ist endlich Samstag, das ist mein Tag, endlich breit. Es ist endlich Samstag, das ist dein Tag, das ist mein Tag, deine Arbeit, endlich Samstag. So muss perfekt sein. Ich werde maximal beim Wettbewerb für die beste Newcomer-Band-Bandbergs anmelden. Ich möchte mal wissen, wo die anderen bleiben. Wir müssen das Lied für Otto doch vorher wenigstens mal geprobt haben. Wäre schön blöd, wenn wir das verpatzen. Apropos, hat sich denn Patze schon gemeldet? Was sollen wir machen, wenn Max mit ihrer Band nicht kommt? Die kommt schon. Du kennst doch Max. Die fühlt sich erst so richtig wohl, wenn sie im Mittelpunkt stehen kann. Aber die Party ist für Otto und nicht für Max. Das kriege ich schon hin. Da sind wir wieder. Seht mal, was uns Onkel Ludwig spinniert hat. Lecker, was? Hey, du bist ja super pünktig. Kamera startklar? Logisch. Mein Chef hat mir extra für den Nachmittag freigegeben. Der ist schon ganz gespannt auf mein Video. Danke, Onkel Ludwig. Kein Problem. Dann fehlt eigentlich nur noch Max mit ihren Leuten. Und Otto. Otto. Verdammt. In dem ganzen Trubel habe ich vergessen, Otto einzuladen. Mann, das glaube ich jetzt nicht. Das wäre ja eine schöne Pleite. Wir machen eine Party und die Hauptperson ist gar nicht da. Typisch, wie? Soll ich mal schnell zu Frau Knölle gehen und Bescheid sagen? Das bringt nichts. Sie sind von einer ganzen Weile mit dem Motorrad weggefahren. Ich rufe sofort Knöllchen an. Die soll spätestens um drei mit Otto hier auftauchen. Sonst wird es so knapp, dann kriegt er seinen Flieger nicht mehr. Knölle? Meine Güte, kann die alte Weile nicht mal ein bisschen schneller? Wie du willst? Ja, dann gib doch mal Gas. Also, halt dich fest. Ja, dann gib doch mal Gas. Wow! Sag mal, Otto, bist du jetzt unter die Busfahrer gegangen? Was ist denn das überhaupt für ein Ding? Heißes Teil! So was muss man haben, ne? Da könnte man auf Weltrunde gehen. Alles zu seiner Zeit. Ich dachte schon, mir kommt gar nicht mehr. Was ist denn los? Eigentlich sollte es eine Überraschung werden, aber ich... Ich muss es jetzt schon sagen, weil ich hab ein Problem. Und wenn ich das nicht löse, dann fliegt mir alles um die Ohren. Ich versteh kein Wort. Um was genau geht's denn? Auf zu den Kindern! Ah! 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 Patte! Warum hast du mich nicht angerufen? Max hat mich keine Sekunde aus den Augen gelassen. Winnie, da läuft eine ganz schräge Nummer. Was meinst du? Max will ihren neuen Song nicht, du bist mein Held spielen. Außerdem will sie sich bei dem Fernseherwettbewerb wirklich mit ihrer Band maximal bewerben. Was? Ist nicht dein Ernst. Winnie, ich hab keinen Plan, was wir jetzt machen sollen. Jetzt geht alles den Bach runter. Max will Krieg. Den kann sie haben. So. Du gehst jetzt rein und sorgst dafür, dass alle für das Konzert bereit sind. Ich fang Otto ab und rede mit ihm. Ja, was wird aus unserem Video? Kein Demovideo, kein Wettbewerb. Hey, ganz ruhig. Junge, ich hab alles im Griff. Du sagst den anderen Bescheid, dass ich anrufe, wenn Otto kommt. Was wird aus unserem Song? Ganz cool. Ich mach das schon. So, und jetzt gehst du rein. Meine Güte, kann die alte Mühle nicht mal ein bisschen schneller? Wie du willst? Ja, dann gib doch mal Gas. So, halt jetzt. Heißt das Abschied nehmen. Also, mach's gut. Na dann. Also, wir sehen uns in drei Wochen. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Sicher. Bringst du mich auf den Bahnsteig? Du suchst ja doch jemanden, der dir den Koffer trägt. Du merkst aber auch alles. Tschüss und Ade. Gute Reise, Otto. Mach's gut. Bis dann. Und isst nicht so viele Donuts. Bring mir lieber welche mit. Tschüss und Ade, Otto. Willst du nicht mitfahren? Ich geh lieber zu Fuß. Wie du willst. Wir sehen uns nachher, okay? Wohl eher nicht. Was soll denn das jetzt heißen? Winnie, hast du wirklich gedacht, ich tanze wieder nach deiner Pfeife? Vergiss es einfach. Aber beim Wettbewerb für die beste Nierkommenband von Bamberg, da bist du doch dabei. Ich hab bei dem albernen Zirkus vorhin bloß wegen Otto mitgespielt. Und ich hab gedacht, wir sind wieder ein Team. Und ziehen alles gemeinsam durch. Wir sind ja viel, aber ein Team? Bestimmt nicht. Also mach's gut. Und viel Spaß noch. Maximal wird auf alle Fälle beim Wettbewerb teilnehmen. Winnie, das Demovideo ist einsame Spitze geworden. Willst du es mal sehen? Später, Georg. Ist alles klar? Kann ich das Video für die Bewerbung bei meinem Chef abgeben? Ja, klar. Nächster Samstag hat wieder richtig durchstarten. Ja, na Logo, was hast denn du gedacht? Wir werden wieder zusammenbringen. Ich brauch nur ein bisschen Zeit. Zeit? Zeit ist genau das, was wir nicht haben. Einsteigen! Nächster Halt! Lockschuppen! Oh Gott! Nicht schon wieder! Patrick, was ist denn los? Vielleicht die Zündung? Ich schau mal nach. Kannst du es reparieren? Keine Ahnung. Und was machen wir, wenn du es nicht hinkriegst? Tja, Kenneth, da wird es wohl nur eine Lösung geben. Du bist mein Held, doch du weißt es nicht. Wenn wir allein sind, dann machst du zu. Ich möchte das Eis zum Schmelzen bringen. In meinem Herzen bist nur du. Du bist mein Held, doch du weißt es nicht. Wenn wir allein sind, dann machst du zu. Ich möchte das Eis zum Schmelzen bringen. In meinem Herzen bist nur du. Es ist dann die Star, sag ich, dass ich... Alles den Bach runter. Nächster Krieg, den kann sie haben. So, du gehst jetzt rein und sorgst dafür, dass alle für das Konzert bereit sind. Ich fange Otto ab und rede mit ihm. Ja, was wird aus unserem Video? Kein Demovideo, kein Wettbewerb. Hey, ganz ruhig. Junge, ich habe alles im Griff. Du sagst den anderen Bescheid, dass ich anrufe, wenn Otto kommt. Was wird aus unserem Song? Ganz cool. Ich mache das schon. So, und jetzt gehst du rein. Meine Güte, kann die alte Mühle nicht mal ein bisschen schneller? Wie du willst? Ja, dann gib doch mal Gas. Also, halt dich fest. Wow! Wow! Sag mal, Otto, bist du jetzt unter die Busfahrer gegangen? Was ist denn das überhaupt für ein Ding? Heißes Teil! So was muss man haben, ne? Da könnte man auf Weltrunde gehen. Alles zu seiner Zeit. Ich dachte schon, mir kommt gar nicht mehr. Was ist denn los? Ah, Babsi. Na, hast du was Schönes für mich? Das sind die letzten Videos von den Bands für die Bewerbung. Das wird ein Knaller. Das hat Bamberg noch nie gesehen. Ja, Chef. Aber die... Immer... Ah, Georg. Ja, Chef, komm her. Was gibt's denn, Chef? Ja, das frag ich dich. Wo ist denn das Demovideo von deiner angeblichen Super-Truppe? Wie heißt sie gleich? Endlich Samstag. Ja, genau. Wo ist denn das Video? Keine Ahnung. Ist es nicht dabei? Wenn's dabei wäre, würde ich ja fragen. Ja, ich rede noch mal mit Vinny, dem Manager. Georg, sag ihm, wir haben schon dreimal eine Verlängerung bekommen. Wenn das Video nicht bis heute Abend auf meinem Schreibtisch liegt, ist für die Band der Ofen aus. Georg, riechst du mir noch einen Kaffee vorbei? Na ja. Georg, zwei Zucker. Ja. Ja, ja, ist ja gut. Guck mal. Nein, nein, ich hab's eilig. Klare Ansage von meinem Chef. Heute, 18 Uhr, letzter Termin.